Herzlich willkommen zu dieser eine Flash Light Ausgabe heute am Donnerstag, dem 12. Mai 2022. Heute haben wir wieder interessante Themen für euch, unter anderem rund um der Angel Next Door Spoils Me Rotten und vielen weiteren interessanten Themen. Also lasst uns keine Zeit verlieren und loslegen! Auf der offiziellen Webseite der Anime-Adoption von der Angel Next Door Spoils Me Rotten wurde heute verkündet, dass die Serie im Laufe des nächsten Jahres startet. Der Angel Next Door Spoils Me Rotten wird unter der Leitung von Kenichi Imaizumi im Studio Project Number 9 produziert. Ein Starttermin steht noch aus. Durch einen Eintrag im Programmplan von ProSiebenMax wurde vor kurzem bekannt, dass der Free-TV-Sender die Serie Failtale in wenigen Wochen erneut ausstrahlen wird. Failtale ist nach aktueller Planung ab dem 3. Juni um 18 Uhr wieder auf ProSiebenMax zu sehen. Jeweils von Montag bis Freitag wird dann der beliebte Anime auf dem aktuellen Sendeplan von My Hero Academia zu sehen sein und beginnt mit Episode 125. Im Anschluss können die einzelnen Episoden wie gewohnt für begrenzte Zeit kostenlos in der Mediathek des Senders gestreamt werden. ProSiebenMax hat die ersten 277 Folgen von Fairytale sowie die beiden Filme Phoenix Brewsters und Dragon Cry bereits vor geraumer Zeit ausgestrahlt. Darüber hinaus sind diese bei Kase Anime mit deutscher und japanischer Synchronisation auf DVD und Blu-Air erhältlich. Weil der Disc-Release und die TV-Ausstrahlung der finalen Staffel startet, ist zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht bekannt. Ebenfalls wurde durch einen Eintrag im Programmplan von ProSiebenMax bekannt, dass die dritte Staffel von Bungo Stray Dogs in wenigen Wochen erneut ausgestrahlt wird. Die dritte Staffel von Bungo Stray Dogs wird demzufolge ab dem 3. Juni jeweils in der Nacht von Freitag auf Samstag um 0.20 Uhr wieder mit deutscher Vertonung auf ProSiebenMax zu sehen sein. Die Serie übernimmt damit den aktuellen Sendeplatz von Konosuba. Im Anschluss können die einzelnen Episoden wie gewohnt kostenlos in der Mediathek gestreamt werden. Darüber hinaus sind die ersten beiden Staffeln bei Karancho verfügbar. Auf dem Twitter-Account der Anime-Adoption von Mob Psycho 100 wurde heute verkündet, dass die dritte Staffel ab Oktober diesen Jahres im japanischen Fernsehen ausgestrahlt wird. Die dritte Staffel wird unter der Regie von Takahiro Hasui und Yusuru Tachikawa im Studio Bones produziert. Die ersten beiden Staffeln, die zwischen 2016 und 2019 im japanischen Fernsehen gesendet wurden, sind hierzulande mit deutscher und japanischer Synchronisation auf Grand School verfügbar. Auf verschiedenen Social-Media-Plattformen Japans wurde intensiv über die dritte Episode der Serie A Couple of Cocos diskutiert, da dort eine Edgy-Szene im Vergleich zum Manga deutlich entschärft wurde. Die jüngste Episode stieß einigen Fans des Manga übel auf, da eine äußerst beliebte Szene aus diesem im Anime anders dargestellt wurde. In besagter Szene soll Nagi Umino einige Fotos von Erika fertigen, wobei es zu einem versehentlichen Höschenblitzer kommt. Im Anime ist jedoch lediglich ein kurzer Rock und kein Höschen zu sehen, auch der gesamte Dialog wurde entsprechend abgeändert. Es ist unklar, warum den Fans der Höschenblitzer verwehrt wurde, insbesondere weil die Uhrzeit der Ausstrahlung keinen Anlass dafür gab. Das weckt natürlich die Aufmerksamkeit der echauffierten Fans und führt zu heftigen Spekulationen. Allen voran der ausstrahlende TV-Sender TV Asahi und auch Crunchyroll, die in der Produktion mitwirken, wurden verantwortlich gemacht. Hierzulande läuft A Couple of Cocos seit dem 24. April jeden Samstag um 20 Uhr auf Crunchyroll im SimmoCast. Amazon Prime Video hat sein Portfolio am Mittwoch mit der Anime-Serie The Pet Girl of Sakura So erweitert. Alle 24 Folgen des Rom-Com Anime können ab sofort mit deutscher Vertonung ohne Mehrkosten von Prime-Mitgliedern auf Amazon angesehen werden. Der japanische Originalton sowie deutsche Untertitel sind wie bei den meisten Anime auf Prime Video üblich ist, nicht verfügbar. Die Serie adoptiert die gleichnamige Light Novel von Hajime Kamoshida, die von Januar 2010 bis März 2014 mit Zeichnungen von Keiichi Mutsuguchi in Japan veröffentlicht und in insgesamt 13 Bänden abgeschlossen wurde. Animon Publishing veröffentlichte die Serie auf DVD und Blu-ray. Durch einen Produkteintrag bei Amazon wurde vor kurzem bekannt, dass die Veröffentlichung der ersten Volumes der zweiten Staffel von Is This a Zombie von Animon Publishing verschoben wurde. Das erste Volume der zweiten Staffel wird nicht am 10. Juni, sondern voraussichtlich erst ab dem 1. Juli als Mediabook, als DVD und Blu-ray im Handel erhältlich sein. Diese beinhaltet neben den ersten vier Episoden auf Deutsch und Japanisch zudem einen Sammelschuber. Für das zweite Volume mit den Episoden 5 bis 7 sowie das dritte Volume mit den Folgen 8 bis 10 sind bislang keine konkreten Termine bekannt. Wir werden euch natürlich auf dem Laufenden halten, sobald wir weitere Details in Erfahrung bringen konnten. Also abonniert schon unseren Kanal jetzt und aktiviert die Glocke, um kein Video mehr zu verpassen. Wichtig, ihr müsst manuell diese auf alle Benachrichtigungen stellen, da sonst der Algorithmus aussucht, welches Video euch gefällt und ihr nicht aktuell bleiben werdet. Auf der offiziellen Webseite der Anime-Umsetzung von Vermail in Gold wurde verkündet, dass diese ab dem 5. Juli im japanischen Fernsehen ausgestrahlt wird. Hierzu wurde auch ein neuer Trailer zusammen mit einem Visual veröffentlicht, den Trailer können wir euch leider nicht zeigen. Der Anime entsteht unter der Leitung von Regisseur Takashi Naoya im Studio Stable Entertainment. Das neue Video stellt den Openingsong mit dem Titel Abacadabo vor, welcher von Kaoi Ishihara gesungen wird. Ishihara wird in der Serie die Rolle von Cheryl Iridescence sprechen. Das war sie, die Erne für der Schleit-Ausgabe für den heutigen Donnerstag, dem 12. Mai 2022. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben, Kommentar in den Kommentaren sowie ein Abo sehr freuen. Aktiviert auch die Glocke, um kein Video mehr zu verpassen und stellt sie auf alle Benachrichtigungen ein, damit ihr auch wirklich über jedes Video benachrichtigt werdet. Denn ansonsten sagt der Algorithmus eben, welches Video euch gefällt. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Macht's nicht gut, macht's besser. Ciao.